Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder vom Minecraft Freunde-Server. Wir sind heute auf dem Freunde-Server gejoined und haben direkt mitbekommen, dass Elina was am Bauen war. Und zwar ihren Bauernhof. Mordspiel? Haha, lustig. Wir haben mitbekommen, dass sie einen Bauernhof baut, also sind wir direkt mal hingegangen, um abzuchecken, was für Tiere sie da so hat. Und mir ist spontan ein kleiner Mini-Prank eingefallen und ich habe so lange wie möglich versucht, in ihrem Gehege zu überleben, ohne erkannt zu werden. Aber seht selbst. Oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Nee, das können wir nicht so stehen lassen. Ich denke, das Gehege von Elina ist da unten irgendwo. Ich werde da mal als Morphin gehen, mal schauen, ob ich es schaffe. So, ich glaube, hier können Schafe leben. Können sie nicht. War gelogen von mir natürlich. Denn das hier ist noch ein bisschen zu tief. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Eiche. Ein bisschen Eichenholz. Ein bisschen Eichenholz. Ja, hier können die rüber. Und jetzt hier rüber? Ja, können sie. Dann baue ich das einfach ab. Mann, bin ich schlau. Und hier kann jetzt niemand mehr rüber. Ja, perfekt. Hier können Schafe leben. Gambo, ich bin so krass. Da bist du ja. Wo bin ich? Wo ist Gambo? Er war doch eben noch hier. Ich habe doch leider seinen Name-Tag gesehen, was ein bisschen gecheatet war. Aber... Nein. Nüsst du dir mal X-Ray. Ist das schlecht? Och, Mann. Aber... Warum sieht man die Name-Tags denn? Warum sieht man die Name-Tags? Ich kann das doch alles nicht mehr. Mann, das wäre so cool gewesen. Ja. Schade, Gambo. Beim nächsten Mal. Schade, weil diesmal klappt. Beim nächsten Mal klappt. Da bin ich mir ganz sicher. Richtig cool. Ich brauche noch mehr Eiche. Eiche, Eiche, Eiche. So, jetzt mache ich ein Zauntor, das sich gewaschen hat. Nur leider vergesse ich da immer das Crafting-Rezept, weil das irgendwie so... Es ist so gleich zu dem normalen Zaun. Weißt du? Ich vertausche das jedes Mal und dann habe ich 80 Zaun-Tore. Yippie. Ey, wo hast du das Bett her? Ich habe eins dabei. Oh, da ist ein Creeper. Wir haben Probleme, Gambo. Wir haben riesige Probleme. Oh, 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 den mache ich weg. Machst du weg? Beim Schafstall. Schafstall, Schafstall, Schafstall. Links, der ist an der linken Seite vom... Du musst hier lang. Der ist außen vom Zauntor. Außen vom Zauntor. Nein, jetzt ist er reingekommen. Ist der denn hier rein? Oh nein, er hat mich gesehen. Mach ihn weg, mach ihn weg. Mach's weg, mach's weg, Gambo. Jawohl. Let's go. Dafür steht Minecraft, Freunde. Wir helfen uns gegenseitig, bevor wir uns da töten. Schafstall. Gambo, ganz ehrlich, ich habe das eigentlich gar nicht so geplant, dass der Bauernhof so riesig wird. Aber der wächst und wächst. Der wächst und wächst, aber hallo. Aber ist doch nice, wenn du kleine anfängst und wenn sich das dann so ausweitet wie ein Parasit. Mein Bauernhof wird einfach größer als jemand von Freundestadt. Ich spiele mit mir selber, Mann. Du hast einfach eine eigene Stadtkarte dazu am Anfang. Stimmt, eigentlich könntest du dazu echt eine Map machen, ne? Ja. Du kannst den Map ablaufen, also die halt einmal ablaufen, so vier, fünf Stück und dann kriegst du die am Eingang. Und dann kannst du die Gehege da so ablaufen. Das wäre schon nice. Ich sollte auf jeden Fall hier noch so ein Feld sogar hier hinbauen. Das passt perfekt hier hin. Oh ja, Gambo, ich hab's. Ich hab's, mein Bauernhof. Das ist schwierig. Aber als erstes klaue ich Ebro ein paar Schafe, denn... Auf die Erklärung bin ich gespannt. Naja, wir brauchen halt Schafe. Achso! Okay. Ja, das ergibt Sinn. Brauchst du euch für beim Tragen? Ähm, ja... Oder nimmst du die an die Leine? Nee, ich brauch Hilfe. Weil mir nur ein guter Minecraft-Freund helfen könnte. Vielleicht Officer Gambo. Ich hoffe, hat jemand Officer Gambo gesagt? Hilfe! Boah, du brauchst... Oh mein Gott, Gambo, du brauchst so ein eigenes Jingle. Boah, stimmt. Das wäre schon wild. Offenster Gambo rettet, wen er kann. Ist der beste Mann. Er ist der Officer Minecraft-Freunde. Rainer. Hast du dir schon ein Schaf geschnappt? Ja, ich hab mir schon eins geliehen. Es ist geliehen. Wir sind ja Minecraft-Freunde. Da lebst du jetzt. Guck mal. Okay, du hast jetzt leider alle deine Kollegen fürs Erste verloren. Die sind nicht wie immer weg. Vertrau mir. Da kommt gleich ein neuer Kumpel. Da ist er. Kannst du es schon erwarten? Die reden gleich, ach Mann, da hat es dich auch erwischt. Und diese Scheunengebäude sehen richtig wild aus, Elina. Wirklich. Ja, aber da fehlt noch, da fehlt noch die gewisse Würze. Würze. Mäh. Jippie, jetzt haben wir zwei Schafe. Jetzt lass eine Habsfamilie machen. Warte. Hallo Freunde, ich hab Weizen. Lecker, lecker. Und jetzt macht ein Baby. Ja, da ist es. Weg mit dir. Ich will das Baby sehen. Oh, was? Oh, guck mal, wie sie schon grasen. Sie essen das ganze Gras auf. Okay, Leute. Ihr dürft jetzt in die Kommentare schreiben, wie der heißen soll, der Kollege. Hey, ich bin mir selbst sicher, der bekommt wieder so einen ganz komischen Namen, so wie Rasenmäher oder so. Rasenmäher. Mähdrescher 3000. Mähdrescher 5000. Hier können wir auch noch ein bisschen hinpacken. Bam. Zack. Oh, dieser Bauernhof mit Shader. Wirklich. Das macht mich glücklich. Das macht mich so glücklich. Ich könnte jetzt Bens ganzes Haus wegspringen. Spaß. Was machen wir hier nicht? Machen wir nächste Folge. Wenn ihr 16.000 Likes erreicht habt. Ja, Leute. Lass alle Likes da. Was hast du vorgekommen? Minecraft-Freunde. Ich habe absolut keine Ahnung. Hatte ich heute auch nicht und dann ist ein Bauernhof in Stand. Nach meinem Urlaub bin ich irgendwie ein bisschen aufgeschmissen hier. Ein paar Sachen haben sich verändert. Der Rest sieht noch gleich aus. Ich weiß aber nicht, was Sache ist. Also ich baue jetzt auf jeden Fall einen Bienenstock. Eigentlich baue ich so. Boah, dein Bauernhof sieht von oben richtig cool aus. Gambo, ich bin mir nicht sicher, ob du das mal warst. Was denn? Aber irgendwer hat mal so einen Trog gebaut. So einen Futtertrog. Also so eine Tränke eher. So für Pferde. Mhm. Warst du das? Nein. Also wenn... Niemand war das. Ich glaube, ich habe das geträumt. Ganz ehrlich. Wer soll das wo gebaut haben? Hm? Keine Ahnung. Ich meinte, ich hatte das mal gesehen. Aber irgendwie... Irgendwie diese Tränke... Also weiß ich nicht. Wie bringe ich jetzt Bienen dazu, dass die in meinem Bienenstock leben? Ich denke, du musst die einfach nur in der Nähe aufbewahren. Und die gehen dann da hin. Weil die halt irgendwann abends oder so da rein müssen, um diesen Honig zu produzieren. Ich habe hier auf jeden Fall jetzt mega viel Knochenmehl platziert. Damit ein paar Blümchen hier wachsen. Und eigentlich bräuchten wir im besten Fall noch ein paar mehr Blümchen. Das war nichts. Das haben wir jetzt nicht. Diesen Sack, den klauen wir einfach. Keine Ahnung, wen die überhaupt... Da waren drei Säcke einfach random, ne? Ja, die habe ich jetzt einfach genommen. Ich glaube, die waren von Ben. Aber die waren alle leer, ich schwör, ich habe nichts geklaut. Ja, wirklich, ich weiß, dass die leer waren. Weil als ich da letztens vorbeigerandet bin, dachte ich mir... Oh, free Säcke, gucke kurz rein. Die waren auch noch leer. Wollte ich eigentlich mitnehmen, aber mein Inventar war voll. Vielleicht können wir gleich als Biene da rein. Wenn sie beim Imkern fertig ist. Wenn das Gehege steht, dann sehe ich mich da als andere Gambo-Biene. Let's go. Problematisch wird es nur, wenn die ganzen Bienen in dieses Ding da reinschlüpfen und ich da nicht hinterherkomme. Sag einfach, ich passe da nicht rein. Schauen wir nochmal ab. Also, bis Verständnis, die hört mich nicht. Ich bin auf den TS reingemutet. Hoffentlich, dass sie das nicht sieht. Zielobjekt erfasst. Da ist sie da unten. Hoffentlich, dass sie diesen Name-Tag nicht sieht. Manchmal sieht die das durch so einen Bug. Sobald ein Bienenstoff steht, sehe ich mich da anders. Die baut ständig Blöcke ab. Und wem hast du die denn? Habe ich die von Tiers? Ist das dein Geschenk? Ja. Ja, jubi. Und die Schafe auch schon alle erwachsen. Jawohl. Hier, ich habe Karotten für euch. Nimm das. Und nimm das. Okay, Karotten müssen wir jetzt auf jeden Fall farmen. Die haben wir nicht mehr. Aber wir sind ja jetzt im Farmerleben drin. Das heißt, wir können jetzt easy peasy Weizenfelder machen. Dafür haben wir die Baugenehmigung. Und alle anderen Weizenfelder werden von mir abgeholzt. Ja, hier ist ein perfekter Spot. Sieht das realistisch aus? Machen die so was? Ja, wo seid ihr? Weizenkörner anzulesen. Oh, eine Biene. Geht ihr jetzt da rein? Sehr nice. Ich habe ein Hotel für dich gebaut. Geht ihr da schon rein? Komm schon, kleine Biene. Geht. Komm. Es gibt lecker Frühstück. Komm. Ich habe auch einen Parkplatz für free. Mann, Biene, was willst du noch? Ich kann das nicht. Okay, Gambo. Ich würde sagen, ich gehe mal in die Innenstadt. Und werde mal bekannt geben, dass hier ein Moth-Heiden-Seek auf dem Bauernhof stattfinden wird. Wow. Dazu werde ich auf jeden Fall noch einen Zaun bauen, damit dann keiner sagt, das war aber auf dem Bauernhof. Also, den muss ich safe nochmal umzäunen, damit die Regeln klar sind. Aber das werde ich jetzt erstmal in ein Buch schreiben. Und mich dabei tausendmal verschreiben. Ich verspreche mir ja schon dabei. Ey, warte. Ich teste mal das Moth-Heiden-Seek. Ich teste es schon mal aus. Jetzt. Als was morfe ich mich? Okay, Gambo. Du kannst mich suchen. Als was bist du denn gemorft? Ja, das verrate ich ja nicht. Okay, okay, okay. Dann komme ich mal rüber. Ist du ein Schaf? Hallo, hallo? Nein, bin ich auf jeden Fall nicht. Dann bist du wahrscheinlich eine Kuh. Bin ich auch nicht. Hast du mich eine Kuh genannt? Was? Nein, ich war in den Game. Warte mal, du hast doch... Wie viele Dinger hast du? Schaf, Schwein, Kuh, Huhn. Ach, warte mal. Aber die Hühner sind hier ein bisschen abgeschottet, ne? Ja, die sind ein bisschen auf der anderen Seite. Moinie. Hallo. Bin hier nicht. Bin hier auf keinen Fall. Das bin ich nicht. Das wusste ich. Schade, das bist du auch nicht. Was guckst du denn so? Ah, schade. Das bin ich nicht. Das aber... Mann! Echt? Was ist das? Warte. Ja, das bist du. Ich kann damit schießen. Den Zombie, den wir schnetzeln können. Los, Gambo, den machen wir fertig. Das ist neuer Sheriff in der Stadt. Ich denke, wir müssen hier hoch. Aua. Oh, oh, oh. Oh, Creeper, Creeper. Schade, das hat nicht so gut geklappt. Aber ich bin auf jeden Fall ne Geheimwaffe. Ich bin der Chick-Shooter 3000. Okay, Leute. Wir waren als Hühnchen, wurden wir nicht erkannt. Als Biene wurden wir auch nicht erkannt. Als Schwein war sie nicht mal in der Nähe. Ah, wird schwierig. Was machen wir denn jetzt? Versuchen wir es als Schaf? Biene war schon knapp. Biene war schon sehr, sehr knapp. Schafe sind halt wenige, ne? Das Problem. So Leute, jetzt haben wir abgewartet, bis Elina vom Server gegangen ist Ich habe nämlich eine kleine Sache vorbereitet Das mit den Tieren eben hat ja semi gut geklappt, sagen wir mal so Mit der Biene haben wir sie bekommen, aber die anderen Tiere haben nicht so wirklich geklappt Deswegen habe ich mir überlegt, tun wir ihr doch mal was Gutes für den Bauernhof Und sorgen dafür, dass absolut zu viele Tiere auf dem Bauernhof existieren Das heißt, hier, ich habe mir schon Weizen organisiert, ich habe mir schon Weizenkörner organisiert Alles das, was wir zum Vermehren brauchen und davon auch nicht zu wenig Und dann gehen wir jetzt gleich in ihren Bauernhof und sorgen dafür, dass da eine absolute Überflutung an Tieren herrscht Achso, stimmt, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt Während meiner Abwesenheit, als ich im Urlaub war, hat jeder von uns so einen Ally von Easy bekommen Und der fliegt jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend einfach Wir werden uns auf jeden Fall noch bei ihr bedanken Ich lasse mir irgendwas einfallen, dass wir ihr ein kleines Geschenk vorbeibringen oder so Weil Easy macht immer Geschenke für alle hier auf dem Server und ich denke, sie bekommt selten was zurück Und ich versuche mich da immer ein bisschen zu revanchieren Wir gehen jetzt aber erstmal auf die Mission Auf die kleine Sidequest Wir gehen jetzt rüber zu... Habe ich ein Bett dabei? Okay, sehr gut Es wird nämlich gleich dunkel Wir gehen jetzt mal schnell hier runter Richtung Bauernhof, wo wir eben waren Und sorgen dafür, dass die Tiere hier mal schön vermehrt werden Können wir hier schon mal ein bisschen anfangen mit den Hühnern Kommt mal her, Hühner Bam, 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 bam Oh, das gibt auch noch gute Level Diese Win-Win-Situation Stimmt, Eier haben wir auch noch Wir können hier noch ein paar Eier reinballern Das ist sehr gut Die Eier nehmen wir noch Zack, zack Gehen hier einmal rüber Packen das mal weg Und bumm Kommen wir die Eier noch rein Ja, noch ein paar mehr haben wir nicht So, zu den Hühnern kommen wir gleich dann nochmal wieder Wie vermehrt man Schweine? Benutzt man für die auch Weizen? Ich denke schon, oder? Oder doch, Körner? Wie vermehrt man Schweine? Was soll man dafür denn benutzen? Kann ich das jetzt wirklich googeln? Wie vermehrt man Schweine in Minecraft? Mit Karotten? Oh, stimmt Ja, die brauchen Karotten Oh mein Gott, so rich bin ich aber nicht Uiuiuiui Wo soll ich denn jetzt Karotten herbekommen? Oh, das führt ein Krampf Aber ihr wollt das hier Ja, let's go Boom, boom, boom So, ich komme gleich nochmal wieder Karotten können wir uns, denke ich Ich habe viel Knochenmehl Ich denke, wenn wir uns gleich mal ein bisschen an die Farben ransetzen Kommen wir auf jeden Fall an genug Karotten dran Machen wir hier noch ein paar von denen hier Let's go So, und während die sich so ein bisschen resetten Können wir eigentlich mal ein paar Karotten organisieren Zack, zack Ein paar Karotten organisieren Wo kriegen wir jetzt Karotten? Hab ich selber Karotten? Bestimmt, oder? Karotten, Karotten, Karotten Gib mir, gib mir Ey, 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 gib mir mein Oh Bitte nicht Bitte regenerier dich Bitte regenerier dich Oh Es tut mir leid Es tut mir doch leid Das hat keiner gesehen Das hat keiner gesehen Ei, 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 ei Der hat echt qualvoll gequietscht Karotten I need some carrots Ey, ich hab ja noch ein Drittel Das sieht mau aus Das sieht mau aus Kann ich mir irgendwo eine Karotte stibitzen? Vermeeren kann ich die ja selber So Leute, wir haben uns jetzt eine Karotte organisiert Wo die herkommt Äh, da weiß ich nicht Hab ich auch was auf der Straße gefunden Jetzt brauchen wir noch Knochenmehl Wusste ich noch, dass ich genug habe Äh, ja, hier sind Knochenblöcke Aber so viel brauchen wir safe nicht Hier waren noch Karotten drin Oh mein Gott, wie schlecht Hier noch was Hier ist noch das TNT von Bens Prank Damit können wir bestimmt nochmal irgendwie Unfug machen Schauen wir mal So, jetzt müssen wir nur noch irgendwo ein Feld finden Ich denke, ich benutze einfach das Feld hier draußen Das stört Ben bestimmt nicht Ab zum Gehege Da können wir jetzt nochmal auf jeden Fall ein bisschen was vermehren Da wird jetzt halt ordentlich Zeit in Anspruch nehmen Ab zu den Hühnchen Moin Leute Ich bin wieder da So, jetzt packen wir zack, zack, zack das nach oben Zack, zack nach unten Und weiter geht's in Richtung Kuhstall Boom, der Bruder hat's direkt gemerkt Ja, Kühe wird jetzt alles ein bisschen Das wird alles dauern Boom, boom, boom Jungs Ich hab das, was ihr wollt Hier habt ihr eure Karotten Das sind auch diese anderen Bio-Karotten Gönnt euch Und weiter zu den Schafen Zack, 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 zack Zack So, die Brüder sind jetzt auch Bescheid Und jetzt heißt es abwarten So Leute, nachdem wir abgewartet haben Können wir jetzt denke ich wieder zurück zu den Hühnern Die haben wieder reichlich Eier gelegt So muss das Oh mein Gott, da ist sogar ein Hund gestorben Ich war das nicht Das war ich nicht Und ab geht's, Lungs Es gibt wieder was zu fooden Gönnt euch Und weiter geht's Wohin gehen wir wieder zur Kuhfarm, oder? Wir machen jetzt mal richtige Reihenfolge Moin Jungs Gehen wieder da Gehen hier wieder weiter Ab zu den Schweinchen So, boom, 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 boom Und weiterziehen Ab zu den Schäfchen Und jetzt heißt es wieder abwarten Und auf ein Neu Ab zum Hühnerstall, Leute Das waren alle Eier Ab zu den Kühen Kommt her, ihr Schweine Wo kommst du denn her? So Leute Jetzt seht ihr hier schon mal Ich hab hier ganze Arbeit geleistet Ich hab das jetzt mal zwischendurch die ganze Zeit über gemacht Hier haben wir auf jeden Fall Extrem viele Hühner Das knistert schon Wenn man da in die Nähe kommt Bei den Kühen Sind es jetzt nicht ganz so viele Aber auch schon sehr viele Dafür, dass wir mit zwei Stück angefangen haben Hier haben wir nochmal Auf jeden Fall Ein paar mehr Schweine Da war es ja Gleiche Regel Wie bei den Kühen auch Es waren halt wenige Ich hab das Maximale rausgeholt Was ging Hab nochmal ordentlich Karotten nachgepflanzt Damit haben wir auf jeden Fall Extrem viele Schafe hier drüben Viele Schweine Und auch sehr, sehr viele Kühe Hier drüben Und mit den Hühnern Haben wir natürlich komplett übertrieben Weil wir da auch mit den Eiern gearbeitet haben Und oh mein Gott Das knistert richtig da drüben Auf jeden Fall Konnten wir Elina denke ich mal Ein bisschen hochnehmen Mit diesem Morph Prank Ansonsten wird sie sich morgen Auf jeden Fall freuen Hier in ihrem Bauernhof Wieder anzukommen Und zu sehen Dass hier eine absolute Massendierhaltung ist Da hab ich mir nämlich auch schon Was überlegt Ob ich dann im Nachhinein Einfach mal hingehe Und sage so Ey, was ist das hier Für ein Bauernhof Das ist nicht lizenziert Und versuch die mal So ein bisschen Zu pranken Dass wir diesen Bauernhof Dicht machen müssen Wegen Ne, Polizeigeschichten Hier und da Schreibt auf jeden Fall In die Kommentare Ob wir das machen sollen Beziehungsweise Wie wir das anstellen sollen Dass wir Elina hier Mit den ganzen Tieren So ein bisschen hops nehmen Ansonsten Lasst eine positive Bewertung da Falls euch das Video gefallen hat Abonniert den Kanal Aktiviert die Glocke Um kein einziges Video Mehr zu verpassen Leute Es macht extrem viel Spaß Gerade die Videos zu produzieren Und bis dahin Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal